Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag. Ihr startet frühmorgens um halb acht. Kleiner Reminder, heute Abend um 19 Uhr Livestream. Ihr habt wieder abgestimmt in der Telegram-Gruppe, wann der Livestream stattfinden soll heute Abend 19 Uhr. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare, schreibt sie in die Telegram-Gruppe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wieder einen Haufen von euch heute Abend im Chat zu lesen, zu hören. Keine Ahnung. Freue ich mich auf jeden Fall. Also heute Abend 19 Uhr. Ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort mit der Bitcoin-Chart-Analyse an. Momentan traden wir bei ungefähr 37.000 US-Dollar. Wir haben es gesehen, wir hatten gestern nochmal einen kleineren Abverkauf. Wir haben es nicht nachhaltig hier über diese 39.300 US-Dollar geschafft. Wurden ein Abverkauf. Die vier Stunden E-Mail-Ribbon haben überhaupt keinen Rückhalt im Endeffekt gegeben. Wir sind hier einfach drunter gefallen. Wir sind jetzt hier in diesem Bereich bei 37.000 US-Dollar, wo sich unsere dicke, dicke Demandzone im Endeffekt befindet. Ihr seht es hier. Ich zoome mal ein bisschen ran. Vier Stunden, zwei Stunden, ein Stunden Demandzone und theoretisch haben wir hier drüben auch noch eine. Also wir haben eine Menge, Menge Unterstützung hier in diesem Bereich auf jeden Fall. Sollte es brechen, sieht es ein bisschen übler aus, beziehungsweise so übel dann im Endeffekt auch nicht. Wir ziehen uns jetzt mal hier ganz kurz das Fibonacci Retracement Level von unserem letzten Low zum High. Dann könnt ihr sehen, im Endeffekt, wir könnten hier locker in den Bereich von 35.000, 35.300 US-Dollar fallen. Und es wäre weiterhin im Endeffekt eine bullische oder grundsätzlich solide Struktur, dass wir hier runterfallen, hier ein bisschen konsolidieren, das Golden Pocket mehrmals antesten und dann hier in diesem Bereich wieder nach oben gehen. Das wäre jetzt zumindest mal mein kurzfristiges Worst-Case-Szenario. Ansonsten kennt ihr mein ganzes Worst-Case-Szenario hier, im Endeffekt die 32.000 US-Dollar. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Die Möglichkeit besteht weiterhin. Ansonsten kurzfristig, sage ich jetzt mal, können wir uns das natürlich auch mal angucken. Wir haben jetzt über uns hier eine 4-Stunden-Supply-Zone, möglich, dass wir die nochmal antesten. Hier befinden sich auch die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons noch gleichzeitig, heißt antesten. Dann weiter runter, hier vielleicht in das Golden Pocket, nochmal ein Retest unserer ehemaligen Support-Zone als Widerstand. Und dann wirklich in diesem Bereich hier unten bei ungefähr 32.000 bis 33.000 US-Dollar, bis wir dann hier wirklich endlich mal nach oben hinkommen. Also das ist weiterhin das, was ich grundsätzlich im Auge behalte. Das kann ich mir am meisten momentan vorstellen, auch vom ganzen Volumenprofil her, weil wir einfach kein Volumen haben. Wir hätten dann einen wunderschönen doppelten Boden hier. Wir würden die Longs hier unten nochmal rauskicken. Wir könnten hier unten neue Long-Positionen aufmachen. Ob das dann so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit für ein Reversal. Natürlich ist das Wyckoff-Pattern auch noch eine Möglichkeit. Das könnt ihr dann bei Fatih wieder angucken. Kann ich immer nur darauf verweisen. Er hat das eigentlich perfekt eingezeichnet. Wir hatten jetzt diesen höheren Punkt. Punkt, haben wir erreicht. Jetzt müsst ihr eigentlich runtergehen mit einem tieferen Tief. Dann ein möglicher angedeuteter doppelter Boden, der dann eigentlich nicht zustande kommt. Aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmelodie. Für mich zählt jetzt erstmal kurzfristig. Hält unsere Demandzone. Ansonsten nächster Step 35.000 US-Dollar. Brechen die 35.000 US-Dollar. Ist es auf jeden Fall nochmal tiefer, dass wir hier in diesem Bereich von 32.000 bis 33.000 US-Dollar gehen. Das können wir uns alles heute Abend nochmal im Livestream dann genauer angucken. Gut, fangen wir an mit ein paar Altcoins, würde ich sagen. Schauen wir uns Ethereum an. Ethereum habe ich vorhin schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Auch hier schon mal das FIP-Level gezogen. Von unserem letzten Tief, sage ich mal, bis zu unserem letzten Hoch, haben wir hier genau das Golden Pocket erreicht. Bei ungefähr 2.600 US-Dollar haben wir jetzt eher auch einen kleinen Bounce gesehen, beziehungsweise einen größeren schon. Der jetzt wieder abverkauft wurde. Momentan halten die vier Stunden hier mehr Ribbons noch. Fraglich, ob die weiterhin halten. Sollte Bitcoin hier noch ein bisschen tiefer gehen, halte ich es für fraglich, ob hier Ethereum diese Zone auf jeden Fall hält. Müssen wir uns dann auf jeden Fall mal genauer angucken. Können wir uns auch heute Abend im Livestream nochmal etwas genauer angucken. Gut, wir können uns nochmal das übergeordnete FIP-Level ziehen hier bei Ethereum, um zu sehen, ob wir hier irgendwelche anderen Unterstützung hatten. Wir sehen es hier, wir sind nicht ganz an das Golden Pocket hier von oben, von dieser Abwärtsbewegung gekommen. Haben es nicht geschafft. Momentan das 0,5 als Widerstand dargestellt. Also es sieht nicht nach einer bullischen Struktur aus. Wichtig ist unser Abtrend hier, den wir gestern eingezeichnet haben. Der hält noch. Wir sind wieder im Ascending Triangle. Auch nicht wirklich bullisch. Also ganz ehrlich, ich traue dieser ganzen Sache noch nicht. Deswegen bin ich weiterhin relativ neutral eingestellt. Gut, schauen wir uns Elrond an. Elrond im Endeffekt absolute Seitwärtsphase. Also auch hier schaffen wir es zumindest einen kleinen Abtrend zu halten, den wir jetzt mittlerweile wieder durchbrochen haben. Also auch nichts wirklich Bullisches. Die ganzen Altcoins momentan eher am schwächeln. Auch VeChain, absolute Seitwärtsphase. Wir konsolidieren hier um die 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Gibt nicht wirklich viel, was es hier zu sagen gibt. Phantom, gleiches Spiel. Wir haben hier die 4 Stunden die Mahnzone angetestet. Wir haben da drunter noch eine. Die ziehe ich jetzt gleich mal noch mit. Die haben wir jetzt komplett ausgenutzt. Die muss halten. Ansonsten geht es hier auch nochmal deutlich tiefer. Also wir haben hier Zonen von ungefähr 1,64 Dollar. Sollte diese Zone hier nicht halten. Dafür ist es aber wirklich noch zu früh. Können wir uns heute Abend auch nochmal ganz in Ruhe angucken. Aber die 4 Stunden E-Mail-Ribbons weiterhin Widerstand. Wir schaffen es keine neueren Hochs zu bilden. Ganz im Gegenteil. Wir bilden hier wieder tiefere Tiefs. Also weiterhin Abwärtsspirale, weiterhin Downtrend. Volumen absolut am Niemandsland. Also momentan ist die Wahrscheinlichkeit sogar eher, sollte Bitcoin jetzt noch einen Abverkauf erleben natürlich, dass wir hier in diesem Bereich zwischen 1,53 Dollar und 1,64 Dollar gehen. Und dann vielleicht hier unten konsolidieren, doppelt den Boden bilden und dann nach oben gehen. Aber auch das ist einfach zu früh momentan zu sagen. Also ich möchte euch jetzt hier nicht in irgendwelche Trades reinhauen. Einfach die Struktur im Endeffekt angucken. Wir sind hier momentan in einer wichtigen Zone. Wir können das auch gerne mal bis hier rüberziehen. Das seht ihr jetzt hier Support gewesen. Support, 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 Support. Immer wieder Support. Wenn wir das jetzt natürlich nach unten hin verlassen, haben wir hier erstmal Abfahrt nach unten im Endeffekt, bis wir hier in diese nächste übergeordnete Supportzone kommen. Aber gut, müssen wir uns mal die nächsten Stunden abwarten, wie sich Bitcoin hält, wie sich Ethereum hält. Und dann können wir weiterhin die Altcoins angucken. Gut, schauen wir uns Litecoin an. Wurde auch des Öfteren schon gefragt. Absolute Seitschatzphase. Gibt nichts hier zu sagen. Vier Stunden im E-Mail-Ribbons mittlerweile wieder als Widerstand anerkannt. Also auch hier nichts Bullishes, was wir hier jetzt wirklich erzählen können. Engine, habe ich euch ja gesagt, okay. Ich glaube, da haben wir es uns hier angeguckt. Wäre nochmal hilfreich, wenn wir den Abtrend testen. Abtrend getestet, vier Stunden im E-Mail-Ribbons getestet, nach oben hin. Dann der ehemalige S1-Widerstand. Sind nicht rübergekommen. Haben nochmal diesen Abtrend getestet. Waren zu schwach. Sind runtergefallen und haben die vier Stunden im E-Mail-Ribbons sogar jetzt wieder als Widerstand anerkannt. Also auch hier im Endeffekt übergeordnete Seitwärtsphase. In den kleineren Timeframes Abtrend gebrochen. Nicht Bullish. Also gibt es auch hier nichts Wirkliches zu sagen, wo ich jetzt sagen würde, ey, ja, hier perfekt in den Trade rein. RSI erholt sich langsam. Also wir sind jetzt hier wieder deutlich drunten in dem 30er-Bereich. Aber auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Mana hat es hier wieder geschafft, unsere Zone im Endeffekt wieder als Support zu bestätigen. Vier Stunden im E-Mail-Ribbons. Wieder als Widerstand. Wir wurden hier hart rejected wieder am 200er-SMA, am 200er-EMA. Ihr kennt es, der Manu-Indikator im Endeffekt. Widerstand nicht drüber gekommen. Viel zu schwach. Kein Volumen. RSI abgekühlt. Also ich glaube, näher brauchen wir hier nicht auf die Altcoins angehen. Polkadot über unsere Range gekommen. Wieder drunter gefallen unter die E-Mail-Ribbons. Und wieder in unserer Range drin. Auch hier keine bullischen Zeichen. Also ihr seht, der Markt ist einfach absolut seitwärts fast momentan eingestellt. Es gibt nichts Bullisches, es gibt nichts Bearishes. Müssen wir mal schauen, wie sich die nächsten Stunden oder bis heute Abend, wie sich der ganze Markt weiterhin verhält. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die News an. Ledger und Wilder World Metaverse. Ledger will jetzt auch ins Metaverse mit eindringen. Ist im Endeffekt ein Riesenthema. Ihr wisst, ich bin kein Metaverse-Fan. Im Endeffekt, ich investiere zwar, aber ich bin kein Fan von diesem ganzen Meta-Ding. Einfach mal Gedanken machen, warum, wieso, weshalb, warum wir das überhaupt brauchen. Gibt es nicht vielleicht schon seit Jahren und einfach nur ein neuer Begriff. Ihr kennt da meine Meinung. Ich bin einfach kein Fan davon. Und dann können wir uns noch ganz kurz die anderen News angucken. Johnny Depp verkauft selbst gemalte NFT-Kunstwerke. Ja, wenn es Geld ausgeht, muss man halt irgendwie noch NFT, den Hype mitnehmen. Wen es interessiert, Link ist einerseits unten in der Videobeschreibung. Ansonsten in der Telegram-Gruppe werde ich es euch später noch reinstellen. Gut, würde ich sagen, beenden wir das Video. Wenn euch das Video wie immer gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst auf jeden Fall ein Like und Daumen nach oben, ist das Gleiche. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Abonniert den Kanal. Schreibt unten einen Kommentar rein. Kommt in die Telegram-Gruppe. Wir hören uns morgen wieder. Beziehungsweise heute Abend, wer Bock hat, 19 Uhr, Livestream auf meinem YouTube-Kanal. Wir hören uns dann später wieder. Wie immer, stay crypto. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.